Hallo ihr Lieben, ich bin es, euer Bruder Topol und das hier, das ist mein Lebensbuch Neukölln, endlich die Wahrheit. Ja, was soll ich sagen, ich bin Neuköllner von Geburt an und kann dieses Buch wirklich nur euch ans Herz legen. Es gibt einiges zu erfahren über diesen Bezirk, sehr interessante Geschichten, ich selber habe wieder einiges dazu gelernt. Vor allem erfährt man, dass es sich einfach lohnt, den eigenen Verstand zu benutzen und sich eben nicht der ein oder anderen Pauschalisierung hinzugeben. Und es gibt auch, wie immer bei mir, auch ein bisschen was zu schmunzeln. Viel Spaß dabei. Für die ganze Tour. Rieke lacht und sagt, na ja, dazu bin ich auch noch da. Und dann geht es mit weg, immer feste weg. Auf den Sonntag freue ich mich. Ja, dann geht es draußen hier, feste mit vergnügtem Sinn. Feier, du musst nach nichts noch.